Also ich bin Emanuel Appler, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele Linksverteidiger und Innenverteidiger. Meine bisherigen Vereine sind TV Flugfelden und FC Unterenzingen. Mein persönliches Ziel ist, mich jedes Training weiterzuentwickeln und als würde ich dann später einmal Profi werden. Und Ziele mit der Mannschaft sind, eine gute Rückrunde zu spielen und dann vorne zu gucken, was geht und wenn es geht, die Meisterschaft zu tun.